ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, dieses Jahr geht es weiter mit dem Feuzwelli. Ich nehme euch dieses Jahr ein wenig mit in meiner Heimat, im Schangnau. Das Thema wird der Genuss insgesamt sein. Alles gut. Wie man heute schon mal sieht, die Kulisse stimmt auf jeden Fall.